Bei den Bauchübungen beschränken wir uns beim Level 1 darauf, dass wir lernen, den Bauch anzuspannen und zu entspannen. Dafür ist die Atmung ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr den Bauch anspannen sollt, heißt es nicht, dass ihr nur bis hierhin atmet. Also nicht das machen, unterhalten. So nicht. Ihr müsst ganz ruhig weiter atmen. Und nur versuchen, diese Fläche zu kontrollieren, indem ihr den Bauch beim Ausatmen anspannen, zack, loslassen, zack, loslassen, zack, loslassen. Wir arbeiten nur mit dem Bauch. Um ein besseres Gefühl für Bauch zu haben, helfen zum Beispiel sehr gut Sit-Ups. Die Übung, die ich mit euch machen möchte, geht folgendermaßen. Wir machen auf zwei Counts, spannen wir unseren Bauch an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ausatmen, zack, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist das langsame Tempo. Und jetzt machen wir das schnell. Zack, 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 zack. Wir fangen an mit Bauch anspannen. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Jetzt schnell. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Einen kleinen Tipp kann ich euch noch geben, um besser die Bauchbewegung kontrollieren zu können. Das soll nichts Unanständiges sein. Das ist die beste Position, um Bauchbewegung kontrollieren zu können. Denn so könnt ihr am besten sehen, ob euer Bauch arbeitet oder nicht. Also, wenn wir loslassen, dann sieht es so aus. Wenn wir anspannen, sieht es so aus. Ladies, macht mit. Zwei Achter, anspannen, entspannen, auf zwei Counts und dann schnell zwei Achter. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Jetzt schnell. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Okay. Das Gleiche machen wir jetzt mit Musik. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Jetzt schnell. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Runter gehen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letzter Achter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huch. Sehr schön.